Mussten Sie bei Psychotests auch schon diese seltsamen Fragen beantworten, ob Sie lieber Förster oder Lehrer wären oder wie rum Sie Ihre Klorolle aufhängen? Wollen Sie sich von solchen Psychofragen nicht auf dem falschen Fuß erwischen lassen? Das muss nicht sein! Machen Sie deshalb Psychotests bequem und einfach von zu Hause aus. psychotests.funpick.de Psychotests bequem und einfach von zu Hause aus. Psychotests bequem und einfach von zu Hause aus.